Herzlich Willkommen bei RAFEC Heizung & Sanitär. Unser Unternehmen wurde 1950 gegründet und wird jetzt in dritter Generation geführt. Seitdem sind wir für alle Arbeiten in der Sanitär- und Heizungstechnik zuständig. Unter anderem bei Neubauten und Sanierungen. Wir planen Ihr barrierefreies Bad, damit Sie es sicher und bequem nutzen können. Wenn wir auch Sie bei Ihren Projekten unterstützen können, dann freuen wir uns von Ihnen zu hören. Ihr Team von RAFEC Heizung & Sanitär. Untertitelung des ZDF für funk, 2017